Für mich ist Spiel auch schon stark mit Gefühl verknüpft. Lernen ist Spielen und Spielen ist Lernen. Deine natürliche Art und Weise ist das Spiel. Sein Spiel soll man finden. Und das Spiel ist Spiel, wenn es selbstgesteuert ist. Aber heute alles, was eigentlich noch bleibt an Tätigkeiten für die Menschen, das ist Spiel. Und das Spiel hat ja diese Qualität von etwas ganz ernst nehmen und gleichzeitig überhaupt nicht ernst nehmen. Also ich finde halt, wenn das Leben bunt und saftig ist, zusammen mit ganz vielen Menschen, international, das ist für mich, glaube ich, das ist das höchste Spiel. Und das war ein richtig geiles Spiel.